Nachdenkseiten Die kritische Website Phrasenwörterbuch Heute Solidarität Von Tobias Riegel Es ist ein gekapertes Wort. Aus einem Begriff der Arbeiterbewegung ist eine Lieblingsvokabel der Mächtigen geworden. Viele Politiker und Journalisten übersetzen das Wort heute zugespitzt so. Bürger handeln dann solidarisch, wenn sie den Gürtel enger schnallen und die Klappe halten. Die Notwendigkeit der solidarischen Unterwerfung wird oft von einer höheren Gewalt oder multiplen Krisen abgeleitet. Teils wird gar die aktuelle Regierung mit der Demokratie gleichgesetzt, die solidarisch gegen Hass und Hetze zu schützen sei. Ein Wir wird behauptet, dass es nicht gibt. Als weitere Akte der Solidarität gelten Boosterimpfung, Rüstungslieferungen und Lohnzurückhaltung. In unserem verlinkten Wörterbuch der Phrasendrescher werden in unregelmäßigen Abständen Modewörter und sprachliche Umdeutungen thematisiert. Beim Begriff Solidarität liegen Schönheit und Schindluder nahe beieinander. Auch beim jüngsten Kirchentag wurde von Politikern viel von Solidarität geredet, etwa von Kanzler Olaf Scholz im Zusammenhang mit der Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Der Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentages, Thomas de Maizière, hat laut Medien sein Missfallen über die Anspruchshaltung vieler Menschen in Bezug auf das Arbeitsleben bekräftigt. Seine Losung der Solidarität, alle zusammen, zielte indirekt auf den enger geschnallten Gürtel. Zitat Wir müssen alle zusammen mehr arbeiten. Wir müssen mehr ans Gemeinwohl denken. Und wir dürfen nicht nur unsere Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Ein Wir, das es nicht gibt Auch de Maizière redet hier, wie viele andere, von einem Wir, das es so nicht gibt. Er selber, die Regierung, mächtige Repräsentanten der Wirtschaft und Journalisten, die ihnen nach dem Mund reden und viele andere, zählen sich mutmaßlich nicht zu diesem Wir und werden sich an der Pseudo-Solidarität vom Zusammen mehr arbeiten nicht beteiligen. Sie sind von dem Verzicht, den sie einfordern, mutmaßlich nicht betroffen. Heute richten sich Appelle der Solidarität also oft an andere, versteckt hinter dem Wir und wie gesagt, ist mittlerweile oft Unterwerfung, Anpassung und Verzicht damit gemeint. Wer gegen den Regierungskurs ist, handelt unsolidarisch, während die andere Seite sogar Militarisierung, Corona-Politik, Zensur gegen Hass und Hetze und soziale Verarmung als Akte der Solidarität verkaufen kann und damit durchkommt, weil die Kritik der großen Medien nicht stattfindet. Der Begriff Solidarität ist mittlerweile Teil der Kitsch-Propaganda, sei es bezüglich der Ukraine, bezüglich Flutopfern oder Flüchtlingen. Bei letzteren wandelte sich die ehemalige regierungsamtliche Soli-Formel vom Wir-schaffen-das-in-der-Realität oft in ein Ihr-schafft-das-schon. Eine bestimmte Form der Pseudo-Solidarität ist billig zu haben. Man muss nur eine Fahne hissen oder ein Pride-Banner auf die Website stellen, dann kann man sich auch als Rüstungskonzern solidarisch zeigen, ohne einen Cent ausgeben zu müssen. Von offizieller und journalistischer Seite wird das Wort nun exzessiv genutzt, um zusätzliche soziale Ungerechtigkeiten und die Militarisierung zu rechtfertigen. Auf diesem Feld läuft vieles unter dem Schlagwort Solidarität mit der Ukraine, etwa Frieren für die Freiheit. Selbstverständlich haben auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth und die Kulturminister und Kultursenatoren der Länder, sowie die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände und der Kulturstiftungen der Länder und des Bundes ihre uneingeschränkte Solidarität mit der Ukraine bekundet. Uneingeschränkt bedeutet in diesem Fall, dass dem auch diktatorische Zustände und Bandera-Kult in der Ukraine nicht im Wege stehen. Auch das Goethe-Institut betont, es sei uneingeschränkt solidarisch mit der Ukraine angesichts der völkerrechtswidrigen Angriffe Russlands. Das Schlagwort uneingeschränkte Solidarität bezieht sich wohl auch auf ein Versprechen von Gerhard Schröder von 2002 an die USA. Zitat Die Pandemie hat zu einer Welle der Solidarität geführt. Ein Artikel des DGB zum Wort Solidarität ist exemplarisch. Wegen der Wurzeln des Begriffs auch in der Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung soll der Text hier beispielhaft betrachtet werden. Zum Wortstamm heißt es dort Die Idee der Solidarität ist uralt. Sie ankert im römischen Recht, entwickelt zwischen dem 5. Jahrhundert vor Christus und dem 3. Jahrhundert nach Christus. Solidus selbst heißt so viel wie gediegen, fest in solidum hieß es damals. Alle für einen und einer für alle und beschrieb ein Schuldverhältnis, in dem jeder und alle haften. Es gibt eine verbindliche Verpflichtung, eine Gesamtschuld. Zitat Ende Zitat Zitat Ende Bei Corona wurde der Begriff Solidarität von der Angstkampagne gekapert und vollends pervertiert. Einsames Sterben, Schulschließungen, Zensur, sinnlos maskierte Kinder massiver Druck auf Skeptiker der neuen Impfstoffe. Ein Zulassen dieser und vieler anderer unglaublicher Vorgänge galt als solidarisch. Und wehe, man leistete sich eine andere Meinung als die Solidargemeinschaft aus. Journalisten, Politikern, Pharmakonzernen und sozialen Netzwerken, aber auch Gewerkschaften, Kirchen, Zivilgesellschaft und so weiter. Die Hetze gegen Andersdenkende in der Corona-Zeit war gespickt mit dem Wort Solidarität. Das Gesundheitsministerium beschreibt die prinzipiell gute Idee einer solidarischen Gesundheitsversorgung. Wie dieses gute Prinzip in der Realität von Fallpauschalen und Zulasten der Steuerzahler durch zugelassene Impfbeschaffungsskandale umgesetzt wird, können die Bürger selber beurteilen. Das Ministerium schreibt, das zentrale Funktionsprinzip des gesetzlichen Krankenversicherungssystems ist das Solidaritätsprinzip. Die Gesunden helfen den Kranken. Alle Versicherten erhalten die gleiche umfassende Versorgung. Alter, Geschlecht oder Krankheitsrisiko spielen bei der Beitragsberechnung im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung keine Rolle. 20 Millionen Menschen sind als Familienangehörige beitragsfrei mitversichert. So besteht auch zwischen Singles und Familien ein Ausgleich. Worin unsere Stärke besteht Beim Bereich der Rente gibt es Stimmen, die ein zumindest prinzipiell solidarisch gedachtes System durch einen Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt noch weiter aushebeln wollen, wie die Rentenkommission unter dem Titel Solidarität statt Generationenkonflikt beschreibt. Zitat Der Generationenkonflikt ist zu einem Mantra geworden, das in keiner Talkshow und in keinem Leitartikel zum Thema Rente fehlen darf. Es wird dann gerne vom Verrat an der jungen Generation und den Wahlgeschenken an die alten gesprochen, vom Scheitern des Generationenvertrages und der zu teuren gesetzlichen Rentenversicherung. Zitat Ende Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Zitat Ende M полen Untertitelung des ZDF, 2020